Also jetzt kann ich jetzt nicht, weil gleich, so ich will auch nichts für Klicks machen. Die hat mich auch eingeladen, hat Nein gesagt. Nila, haben die zu dir gesagt, du sollst mir live gehen oder was? Nila, ich folg dir mal. Nila, wir können, entweder, du kannst entscheiden, entweder, nein, nicht die. Was? Kommentare meinten dir mal live, geh mal mit Eish live. Ach so. Ähm, können wir gerne machen, aber wenn du später noch live bist, also um 20 Uhr geh ich safe nochmal live oder 21 Uhr oder so, dann komm rein und ich lad dich ein und dann können wir zusammen live gehen. Weil jetzt, dann gehe ich gleich auf, weil mein Vater gleich fertig ist, dann. Welche Landsfrau, Pakistanerin. Voll die Schöne, Dankeschön. Einmal mein Leben so aussehen. Leute, ihr seid alle schön. Dankeschön, Leute, die sind alle abgefallen. Ich muss neu machen. Bin vielleicht erst später wieder zu Hause. Ich gucke dann einfach, ob du noch live bist, komm, komm mir dann, okay. Alles gut. Ich hab dir eh gefolgt, also. Du warst gestern mit Ellen und so live, ja, bist sehr hübsch, Bro. Du auch, Nilay, du bist noch hübscher. Bin auch gefolgt, okay. Leute, vielleicht kommen die Tage, vielleicht kommen die Tage mehr live von Nilay und mir. Das war so lustig, ja, ich schwöre. Oh, wie süß. Wie extra ihr die Hände anregen. Leute, ich esse. Ich esse so eigentlich. Kannst du polnisch schneiden? Schmeckt ja. Ich hab noch vier Prozent, Leute. Ich möchte euch alle nicht gehen. Also ich möchte nicht gehen wegen euch allen, weil gerade so unterhaltsam ist. Aber ich muss jetzt dann gehen. Ihr lachen voll süß. Dankeschön. Ja, Hellart-Mitte-Brille, ja. Woher kommst du? Nee, Regensburg. Leute, also soll ich mit Nilay später live gehen? Nilay auf die Eins. Ich kenn sie gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie aussieht. Ich weiß wirklich nichts. Ja, ja, ja. Magst du Bayern lieber oder Berlin? Eigentlich Berlin. Ich mag mein Dorf nicht. Pakistanerin. Du kannst doch dahinten laden und gucken. Leute, ich muss aber, ähm, ich lad mein Handy und, äh, geh da, äh, dabei halt, fahren wir weg. Mein Handy ist zu Hause. Klär dir doch. Isst du Curry? Nein, Popcorn. Okay, wir brauchen den Cent. Cent. Leute, sorry. Aber ich geh später auf jeden Fall live. Woher gehst du? Einkaufen. Essen einkaufen, ganz normal. Ich mein, Landsfrau Pax-Starnerin. Er passt zu dir, Leute. Es ist echt süß, aber ich möchte nichts von Ihnen, Leute. Genauso wie Nilay. Nilay hat auch Nein gesagt, Leute. War gestern live mit Deldeno? Okay, es war okay. Ich kann, ich sag nichts dagegen, Leute. Es war okay. Supersympathische Menschen. Henna, es war schon Dankeschön. Dankeschön, Leute. Leute, ich will jetzt nicht so dumm rüberklingen, aber wenn ich lache, wenn ich persönlich vor euch lache, so richtig, dann müsst ihr selber lachen, weil ich lache persönlich vor Leuten, die ich gern habe, wie ein Esel. Wirklich. Süß. Gestern mit Deldeno, wie war mit Deldeno, äh, mit Deldeno, äh, mit Deldeno und Sia, liebe Leifer, gestern korrekt. Aha, du bist ja richtig fame jetzt. Nein, bin ich nicht, Leute. Du bist so heiß im Air. Leute, soll ich leise essen, oder was? Lach mal. Ich kann nicht, Leute. Erst wenn was Lustiges passiert, muss ich lachen. Ihr habt ja gestern gesehen im Live, wie schüchtern ich war. Ich musste die ganze Zeit so lachen. Eigentlich lache ich vor der Kamera dann. Hast du schon mein Tier geschlachtet? Nein. Die ist heute mit, äh, Deldeno live? Nein. Liebe Leute, wenn ich nichts von L, äh, Halet möchte, dann möchte ich auch nicht mit ihr live gehen. Und dann ist es auch okay, wenn ihr mich nicht einladen. Dankeschön. Alles gut, Leute. Nicht, ihr sollt euch nicht so angesprochen fühlen, Leute. Harte Entscheidungen. Ihr passt aber voll gut, Leute. Ihr könnt das denken, aber, Leute, nein. Mangelet ihr live. Meinst du, Nilay und ich, wir gehen, Leute? Alle, die jetzt hier drin sind, die 157 Leute. Folgt mir alle. Folgt alle. Ähm, damit ihr und Nilay und mein live nicht verpasst, weil wir werden safe. Ich weiß nicht, über was wir reden, aber wir werden safe reden. Um 20 Uhr oder um 21 Uhr gehen wir safe live. Also um 20 oder 21 Uhr kommt alle rein. Folgt mir alle, weil wenn ihr mir folgt, dann seht ihr das ja sofort, wenn ich live komme. Leben so unfassbar. Ihr seid alle hübsch. Wer ist Nilay? Äh, Nilay, ähm, die wurde auch in den live mal eingeladen und sie hat auch halt nein gesagt, zuherdert und so. Und die Menschen alle hier drin wollen halt, dass ich mit ihr live komme. Ich weiß selber nicht, wer das ist. Ich weiß selber nicht, wer das ist. Das ist voll schön. Danke. Einer der schönsten Pakistanis. Dankeschön. Warum magst du dein Dorf nicht? Leute, es sind halt zu viele Bauern hier. Zu, zu viele Bauern für mich. Und eigentlich mag ich es sehr, so Hochdatz zu reden. Und eigentlich mag ich es sehr, so Hochdatz zu reden. Und jetzt kann ich uns immer wieder hin.